So Freunde, willkommen zurück, herzlich willkommen auf meinem Kanal Haartransplantation in der Türkei bei McLeans. Freunde, ich grüße die Plantierten und alle, die demnächst plantiert werden wollen, egal in welcher Firma, ob ihr dahin geht, wo ich war bei Medical Exklusiv oder, 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 wo euch euer Bauchgefühl hinführt, sage ich ja immer. Und vor allen Dingen denkt an unsere Gruppe bei Facebook Haartransplantation Erfahrung und Austausch. Außerdem habe ich einen nagelneuen SFX Kanal, auch den könnt ihr einmal auschecken, kommentiert meine Videos, abonniert meinen Kanal, sagt euren Freunden auch, dass es diesen Kanal gibt, freue ich mich total drüber und teilt meine Videos auch gerne auf Facebook, Instagram oder auch einfach mal per WhatsApp jemanden schicken, wo ihr wisst, hey Mann, der hat wenig Haare, einfach das Video per WhatsApp verschicken. Und dann freue ich mich einfach den Link rauskopieren in WhatsApp rein und dann freue ich mich natürlich, wenn ich Leuten helfen kann. Wie gesagt, mein Name ist Frank McLean und ich bin einer der größten YouTuber, glaube ich, die auch zwischen, ähm, ja, anderen YouTubern, aber, glaube ich, äh, sich mit dem, ja, mit dem Thema Haartransplantation einfach beschäftigen. Aber ich bin nicht alleine, wir sind, also, die größten YouTuber sind drei, glaube ich, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber ich habe auch einen mit der größten Channels auf YouTube und, ähm, ja, möchte halt ganz vielen Menschen dabei helfen, äh, sich nicht 40 Jahre lang so wie ich rumzuquälen, sondern zu sagen, hey, passt auf, ich mache eine Haartransplantation. Und wie man das macht, wie der Ablauf ist und wie wir vor allen Dingen, ähm, uns mit der Kontaktaufnahme beschäftigen, das machen wir jetzt. Und zwar, ihr wart jetzt auf meinem Kanal Haartransplantation, blei, 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 schneide ich raus. So, bei McLean's und, äh, jetzt habt ihr gesagt, okay, ich möchte jetzt Kontakt aufnehmen, wie läuft das Ganze ab? Das ist relativ einfach. Ihr gebt einfach hier oben einen neuen Tab auf und sagt euch jetzt zum Beispiel, okay, ich suche jetzt hier zum Beispiel die Firma, wo ich war, Medical Exklusiv. Ja, so, dann gebt ihr das ein und gleich oben da steht es schon medicalexklusiv.com, da geht ihr dann drauf und da bekommt ihr dann schon mal das erste Bild. Die Seite ist übrigens hier oben einzutippen in Türkisch, in Englisch und angezeigt wird sie euch direkt auf Deutsch. Da lächelt euch auch schon ein, äh, hübscher Typ an, der denn da, äh, Hashtag nur Homo, also, und dann seht ihr hier, ähm, die WhatsApp-Nummer. Genau so, wie sie hier steht, plus 90, 5, 4, 6, 4, 7, 8, 7, 400, gebt ihr direkt ein bei WhatsApp, speichert das einfach ab unter, äh, ich sag mal, Medical Exklusiv. Und schickt dann einfach nur eine WhatsApp und schreibt da rein, interessiere mich für eine Haartransplantation. Ab dann läuft alles automatisch und, äh, ihr könnt euch natürlich vorher auch nochmal auf der Webseite einfach hier erkundigen. Ihr könnt euch das alles durchlesen, was die machen, wer sie sind, die Dienstleistung über sich. Also, die machen dann auch natürlich noch andere Sachen, aber, ähm, ich glaube, die machen übrigens auch die FUE-Methode für Frauen und, äh, Augenbrauen, Barttransplantation. Also, der ist absolut umfangreich, machen also auch, glaube ich, sogar die Haarpigmentierung für Leute, die jetzt sagen, ich möchte mir die Haare pigmentieren lassen. Ja, wie gesagt, ihr klickt da drauf, hier WhatsApp, so, und dann könnt ihr, oh, ja, Adresse nicht erkannt, klar, weil mit dem Computer sollte man da auch nicht raufklicken. Also, ihr tippt euch diese Nummer hier quasi ein in euer Handy oder ihr schickt direkt eine E-Mail an info-medical-exklusiv.com und dann läuft alles von alleine. Also, das wird dann so sein, dass die sagen, hey, passt mal auf, Freunde, ich gehe hier nochmal zurück, ähm, ich habe die ja auch angeschrieben, ähm, und da wird es dann so sein, dass die zu euch sagen, ähm, äh, schicken sie uns mal Fotos, diese Fotos schickt ihr rüber. Und das habe ich, äh, euch auch nochmal in dem Video erklärt, ähm, einen Moment bitte, ich glaube, das habe ich euch in dem ersten oder dem zweiten Video erklärt, ähm, welche Bilder ich rübergeschickt habe, was ich getan habe, dann kam ich mit denen ins Gespräch. Ich selber, genau, diese Bilder habe ich ihnen, äh, hingeschickt und das erzähle ich euch übrigens in Haartransplantation, einen Moment, in Haartransplantation 2017 Istanbul-Türkei Haarverpflanzung. Was ist die Haarverpflanzung Video 1? Video 1 habe ich im Übrigen hochgeladen, bevor ich überhaupt in die Türkei geflogen bin. Also, damit bin ich auch nicht nur einer der größten YouTuber über Haartransplantation, sondern bestimmt auch der Authentiste, weil dieses Video ist schon vor meiner Haartransplantation entstanden. Und wäre die Haartransplantation bei Medical nach hinten losgegangen, hätte ich euch das wahrscheinlich auch schonungslos berichtet. Also, könnt ihr davon ausgehen, dass ich euch keinen Scheiß erzähle. So, checkt auf jeden Fall dieses Video dann mal aus. Und, äh, ja, das war eigentlich nur ein ganz kurzes Statement, wie man hier zu der Firma, äh, Medical Exklusiv Kontakt aufnimmt. Und, äh, ja, die werden euch dann, äh, einfach weiterführen bis hin zum, äh, bis hin wieder auf eure Couch mit dem Red Hat, sage ich es mal. Oh, Red Hat kommt ja mehr aus der Porno-Industrie, ne? Verdammt, äh, äh, ähm, also das, nicht, dass ihr denkt, dass ich sowas schon mal gesehen habe oder so, ne? Aber, äh, gut, jedenfalls, wie auch immer, das sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Video sein, damit ihr mal versteht, dass das sehr, sehr einfach ist. Und, ähm, da war ich auch mit denen, äh, quasi in Kommunikation und das geht eigentlich alles super einfach und macht das einfach, habt keine Angst. Freunde, ich bin raus, Frank ist wieder weg und, ey, ein Gruß an alle Plantierten und die demnächst plantiert werden wollen.